Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainspotting Day, der dann gespielt das Saisonauftaktur 2024. Wir befinden uns in Dresden Hauptbahnhof und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem nun folgenden Video. Habt Spaß und endlich geht's wieder los. Wunderschöner Tag. Heute sonnig, es ist warm und ich wünsche euch richtig viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich melde mich dann gegen Ende nochmal, wenn ich am Ende bin und ja, wünsche euch viel Spaß. So, da. Der EC379, der mich hergebracht hat, hat gleich Ausfahrt, fährt weiter nach Prag und ja, ich hoffe, wir haben heute hier einiges, was das vor die Linse fährt. Das wäre schön. Ja, wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Video und wir schauen uns jetzt gleich erstmal die Ausfahrt an und dann schauen wir mal, was hier noch so vorbeifährt. So, der Güterzug neben Mann hat auch Ausfahrt, zumindest bewegt er sich. Weiß ich, ob ihr das sehen könnt. Vielleicht auch schon. Und der EC379 hat auch Ausfahrt. Genießen wir das einfach mal. Mann hat auch schon mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.